Heute stellen wir Ihnen zwei Studien vor von Winkelmeier aus iScience und von Narrandt Bay aus Zell. Es geht um die zelluläre Immunantwort, was nach dem Verschwinden der SARS-CoV-2-Antikörper übrig bleibt. Eine adaptive Immunität mit B und T-Gedächtniszellen gegen SARS-CoV-2 bewahrt Menschen vor Reinfektion und identifiziert Patienten, die bereits eine Infektion durchgemacht haben, auch dann, wenn keine Antikörper mehr im Blut nachweisbar sind. Wie lange diese beiden Komponenten der zellulären Immunantwort überdauern, haben Forschende des Klinikums der Universität München und vom Massachusetts General Hospital in Boston in zwei unabhängigen Studien in iScience und Cell untersucht. Der Antikörper-Titer ist nicht der alleinige Anlasspunkt für den verbleibenden Schutz von Genesenen und Geimpften. Die Forschungsgruppe um Edgar Meindl vom Biomedizinischen Zentrum der Universität München hat daher das Blut von 17 ungeimpften Covid-19-Patienten untersucht, bei denen zum Teil keine IgG-Antikörper mehr nachweisbar waren. Die Teilnehmenden hatten sich im Jahr 2020 wahrscheinlich mit dem Wildtyp des Virus infiziert. Das Ergebnis? Bei allen Patienten nach Covid-19, auch bei denen, die die spezifischen Antikörper verloren hatten, fanden die Forschenden Gedächtnis-B-Zellen im Blut, die Antikörper gegen SARS-CoV-2 produzieren konnten. Bei 13 Teilnehmenden war die Infektion mindestens 5 Monate her, bei 2 waren bereits 8 Monate vergangen. Diese B-Gedächtnis-Zellen bieten auch dann einen Immunschutz, wenn bereits verschwundene Antikörper eine Infektion nicht mehr verhindern können. Persistierende Gedächtnis-B-Zellen werden in wenigen Tagen mobilisiert. Durch das Zusammenspiel von B- und T-Zellen bilden diese zum einen schnell Antikörper. B-Zellen entwickeln sich in Keimzentren aber auch weiter und verbessern ihre Affinität gegen die aktuelle Virusvariante. Bei immunkompetenten Patienten könnte das Immunsystem so schwere Erkrankungen verhindern, Patienten mit Immunsuppression seien hingegen vulnerabler. In einer weiteren Studienzellen hatten Forschende aus den USA die T-Zell-Antwort von 76 Patienten mit und ohne vorherige Infektion Mitte 2020 mit dem Wildtyp oder im Dezember 2021 Omikron untersucht. Die Teilnehmenden waren entweder ungeimpft, doppelt geimpft, Ausnahme nach dem Impfstoff Janssen oder dreifach geimpft. Die Proben wurden im Durchschnitt 220, 130 bis 286 Tage nach der ersten Impfserie oder 10 Tage, 8 bis 54 Tage nach einer Booster-Impfung gewonnen. Das Ergebnis, die T-Zell-Reaktion auf Omikron-Spike und Nicht-Spike-Proteine blieben bei den meisten infizierten und geimpften Personen erhalten. Eine Untergruppe von Patienten, ca. 21 Prozent, zeigte jedoch eine um mehr als 50 Prozent verringerte Zellreaktivität auf Omikron-Spike. Dies bestätigte sich auch bei der Auswertung funktionaler CD4-Plus und CD8-Plus-Gedächtnis-T-Zell-Reaktionen. Vor allem CD8-Plus-T-Zell konnten Omikron-Spike schlechter erkennen. Eine Booster-Impfung verstärkte die T-Zell-Reaktion auf Omikron-Spike wieder. Im Gegensatz zur neutralisierten Immunität mit Antikörpern können somit T-Zellen noch länger auf die Omikron-Variante reagieren, wenn auch bei einigen Personen mit verminderter Reaktivität. Der US-amerikanische Kardiologe und Autor Eck Toppe vom Strips Research Institute in La Jolla macht in einem Tweet auf die Studie aufmerksam und verwies nochmal auf die Ergebnisse zur Booster-Impfung. Eine Auffrischungsimpfung erhöht die T-Zell-Reaktivität schnell um das 20-fache, aber 9 Prozent haben eine verminderte Reaktion. Im Vergleich zu B-Zellen gäbe es einen entscheidenden Unterschied. Eine T-Zelluläre Immunantwort kann robuster gegen Virus-Mutanten sein als die Immunantwort von B-Zellen, die neutralisierende Antikörper produzieren. B-Zellen können sich aber nach Infektion mit einer anderen Variante schnell weiterentwickeln. Die Ursache nicht nur T-Zell- und B-Zell-Epitope sind verschieden, auch die Epitope von CD4 und CD8-T-Zellen sind unterschiedlich. Eine neutralisierende B-Zell-Antikörperantwort ist im Wesentlichen gegen Strukturen des viralen Spike-Proteins gerichtet, das an den zellulären Rezeptor ACE2 bindet. Eine funktionelle relevante T-Zell-Antwort kann sich hingegen auch gegen andere Teile des Spike-Proteins und vor allem nach Infektion auch gegen andere virale Proteine richten. Somit kann das Spektrum von relevanten Antigenen, die T-Zellen erkennen, größer sein als das neutralisierende Antikörper. Weiteren Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie in frei verfügbaren Publikationen in iScience und in Cell.